Hey, ob es geht? Ähm, heute machen wir mal einen Sprachentest. Ich muss die Sprache nicht erkennen können, also lass uns loslegen. Das ist ein kurzes Video, glaube ich. Aber ich werde ein paar Mal Pause drücken. Lass uns loslegen. Und, play. Obwohl, das Intro reicht schon. Quist. Gerade die langen Sprache. Ja, das muss aussehen. Spanisch. Ich habe gerade erwartet, dass ich einen Text höre oder so. Aber so ist es einfach eigentlich. Hm. Chinesisch. Okay, nicht sofort. Türkisch. Türkisch. Halt, ich sehe nicht mal verwandte Sprachen, wo du auftauchen. Also, es ist so einfach. Ich habe mal so, ich mache keinen einzigen Fehler jetzt. Jetzt so. Oh. Habe ich mein Mord zu weit aufgewiesen. Tamil. Boah, das war Glück. Boah. Arabisch. Italienisch. Achso, das ist immer der gleiche Text, glaube ich, gell? Filippino. Das ist sogar halb spanisch, ein bisschen kam es da. Erkennt man leicht. Ach du Kacke. Swyli. Puh. Heftig. Ah, Deutsch. Ah, hier ist ein entspanntes Chris. Japanisch. Kann man den runden Dinger nehmen. So, das ist schon schön inzwischen. Oh je. Gujarati. Nee, Hindi, Hindi. Boah, zum Glück ist das jetzt weg. Hindi, Hindi ist sehr gefährlich. Bitte schmack. Das ist zwei. Oh, oh. Ukrainisch. Böser Fehler. Egal. Indonesisch. Boah, jetzt wird es schwieriger. Indonesisch und Mandai ist nämlich sehr ähnlich. Rumänisch. Man kann was Lateinisches drin erkennen. Deshalb. Bengali. Bengali. Polnisch. Kornisch. 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 Kanata Punjab Zweiter Fehler, Indien ist auch schwer Aramik Amarik Ist von Äthiopien gesprochen, oder? Persisch Oh Hm Portugais Drei Fehler schon Oh Das Geplimbach geht mir auf die Nerven schon Griechisch Drei 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 Eieieiei Malayam Tegulo, oh man, Indien Tut jemand ne Sprache aus? Französisch Kalkul 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 Das ist ein bisschen zu schnell gewesen, mir gar nicht. Das ist jetzt persisch? Ich glaube das ist das letzte. Kechua? Bauglück kommt. Egal. Eine Handvollfehler habe ich. Meistens Hindien. Ist auch schwer. Egal. Ich hoffe das Video gefallen. Wenn ja, gib mir ein Like. Abonniere, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.